So, dann lassen wir mal dafür sorgen, dass das Video in die Geschichte eingeht mit dem Titel Die Drei Helden. Die Drei Musketiere oder wie? So, an mir ist das nicht. So, sind wir zu dritt? Ja, dann sind wir rausgegangen. Christian, du solltest doch alle Klassenperk ändern. So. Oh, Fahrzeug bei, 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 bei B, äh, bei A. Warte. Fahrzeug bei A, oh, schesse. Ich hab's da gesagt. Ja, dann bleib doch mal ruhig. Ich dachte ja nicht, dass er sich umsetzt. Ach, scheiße. Ich hab dir gar nicht mehr in die Wand geworfen, ich glaube. Und irgendwann muss er nachladen. Ich hab's jetzt um pon講, was ihr dranht? Wau, natürlich. Hallo. Wau, magst du nicht schärfzeh' ich doch gerade? Ah, verdammt. вер�, was ist denn? Ja, kein risiko. Spawn. Ja, weil, weil, nein, ich hab B zum Entschärfen gedrückt, ja, und dann hat er nochmal B gemacht, und dann lass ich ein Fahrzeug auf einmal drinnen, weil es so nah dran stand. Was soll das sein? Ich spawn bei dir und hook im Auto drinnen. So, Christian, jetzt gleich anderes Perk, bitte. Jetzt mach ich, ja, jetzt muss ich. Dank dir. Gleich alle Klassen, Christian, gleich alle Klassen. So, ich hab schon zwei Teamkills auf meiner Kappe, na toll. Du musst schon nicht rauslegen, Victor. Ja. Vom Atmen gekickt, oder? Sicher. So, der Phoenix an mir. Ah, der ist bemannt, das ist gut, denn kriegen die den wenigstens nicht mehr. Boah, hast du mich geschreckt, bist du deppert. Ich hab mich genau als deine um die Ecke gekommen, ey, klar. Danke. Da oben hin hab ich ein Klammer gesetzt. Soll ich dich da rauf, weil bist denn du da? Boah. O, B. Verdammt, ich komm doch zu B, Mann. Ich bin schon unterwegs. Pass auf, links von dir muss irgendwo sein. Keiner. Ah, doch nicht. Geht einer in den Schärfen, glaube ich. Da ist er. Nein, er kommt von der anderen Seite rüber. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Und? Hab ich. Ganz lieb. Ich muss einmal erklären, was jetzt wieder weg, gell? Das ist schon nervig. Was? Das ist die Klammer zu verschminden, sobald man gekillt wird. Naja, das ist behindert, ist das. Hätten es zumindest zu lang los können. Wenn du es gemacht hätten, wenn du ganz down bist. Genau, klar, klar, klar. Okay, ja, aber so ist das behindert. Ja, das ist dein Arm. Ja, das ist dein Arm. Ja, ich weiß nicht, ob da unten noch jemand, da vielleicht ein bisschen mit. Ja, wir gucken hier zu viert drauf, Christian. Das ist... Ach so, das ist ziemlich ja toll. Du bist ziemlich angeschlagen, Mann, besser. Du hast nichts zum Heilen, da. Ich wollte gerade losbringen. Der war schon mal weg gewesen. Oh, Rauch. Wo ist der Rauch? AC hinten, äh, B hinten, ja. Ach. Schon dabei. Das ERP-Mobil ist so abgelenkt. Ja, mich auch. Anscheinend zwei Mann down. Und jetzt ihr Auto wieder zurückerobert, das wäre sehr unschön. Jetzt kommen wir jetzt runter. Jetzt hängt, Mann, jetzt hängt es wieder mal fest. Oh, Verflug, da sind noch zwei links vom Kran. Oh, ich sehe einen. Der eine liegt am Boden, der andere müsste auf deine Position zukommen jetzt. Oder an der Bombe. Natürlich laufen die bei der falschen... Dort draußen, wo ich nicht hinschaue, gell? Da liegt der noch in der Ecke. Oh, da liegt der drinnen. Da ist der noch in der Ecke, ja. Den habe ich aber nicht. Oh. Boah. Entschärfe. Oh, das ist eine Granate. Huf, die ist draußen. Entschärft. Das ist irgendwo einer. Ja, links, links. Oh, verdammt. Granaten, Granaten, Granaten. Schein, klasse. Höhe ich da die Drohne, oder was? Ja, weißt du. Wirklich, wahr. Ich schreie. Das Mav-Squad ist wieder hier. Na ja, es ist vor allem total lächerlich. Ich meine, außer für ihn selbst bringt es gar nichts, ja. Äh, jo, so. So. Was ist das? Ja, nötig. Oh, ja. Da steht ein Auto im Weg. Da steht ein Auto im Weg. Scheiß. So, kommt. Entschärfts. Er ist fertig. Fertig. Ah, da stehen schon genug Klebmöhren herum. Lass mich aber vorbei. Oh, da kommt der Jeep. Oh, oh, oh. Natürlich. Mann, durch den Gang kommt einer rein. Durch diesen Verbindungsgang. Kommt jetzt einer raus. Oh, das wäre nett von ihm hier. Er belebt hier alles wieder, ohne mich zu killen. Das ist super. So, ich habe auch einen wiederbelebt. Oh, von hinten. Oh. Alter, ich bin gleich da. Also, es sind zwei. Ah, verflucht, Team Köln. Nein. Äh, umfälle passieren. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, bei A, bei B läuft der noch hin. Ah. Grüßt ja. Haben. Schon fertig gemacht, für mich. Gar nichts gemacht. Du hast nur drei Kills. Was schräg mir die ganze Zeit eigentlich an, da? Du hast die wichtigen Kills gemacht, Victor. Ah, ja, genau. Genau. Aber kein Exquad, ja? Finde ich traurig. Na, das stimmt. Na jo, Aufwärmerrunde. Jetzt nochmal Angreifer auf dem, das ist sehr schön. Ja, ich mach wieder als Medik, oder? Ja, mach mal. Ich freue mich, wenn wir den Rauch mitnehmen sollen, oder? Medik mehr schadet nicht. Na, wenn du Christian Medikit mitnimmst, reicht das eigentlich. Ja, nehmen wir den Rauch mit. So, Smoking Area, M320, Rauch. Dann nehm ich mit Granat, weil dann hab ich da auch mehr. So. Wo gehen wir denn? Na, da wo Christian ist, würde ich es nicht versuchen, außer mit Rauch. Wenn du Rauch machen willst, dann... Ja, ich hab Rauch dabei. Kein Problem. Mach mal an den roten, an den roten Dings da ran. So ein bisschen unten rein auch. Ah, unten rein, ja, okay. Warte mal, mach mal so, Achtung. Gesnipet wird schon wieder böse. Das ist ein Karschütter. Aber der Kollege, der drüben ist schon tot. Wow, ich bin dir in die Wand geworfen, eh klar. Soll ich den mal aufmachen? Müll. So, geh durch die Obertür? Ja. Victor, lass mich vor, lass mich vor, du kannst mich reviven. Ja. Okay, ich war scharf. Jetzt ist es scharf. Okay. Oh, feier. Von hinten, von hinten. Danke, Christian. Wir brauchen mal ein Midi, Midi, Midi. Wir brauchen mal ein Midi, Christian. Danke. Der ist so wohl, ey. Der Spawn, den ist mal wieder an der Spawnweg da drüben. Ah, ist weg. Okay. Victor, Christian. Super. Alles noch einer. Noch zwei, noch zwei Leute. Noch wiederbelebte Leute. Alles noch einer. Verdammt. Oh, das ist noch einer. Oh, das ist noch einer. Da steht hinten, da eh gern noch einer. Ich spring gleich einen Greifer einsetzt. Danke. Es gibt mehr. Bis auf, da unten sind noch ein paar. Oh, warst du schon wieder? Sehr gut. Und bist du gestorben? Ah, dort wo? Ah, ist schon wieder scharf. Ah, ist schon wieder scharf. Das war schön. Okay, da bin ich nicht mehr dort. Versuch mal hinten gleich rumzugehen zu B. Oh, nein, 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 nein. Schleich dich mit der Noob-Sniper da. Küsst mich eh nicht. Idiot. Ich hab bestimmt gerade zwei Magaziner einfach nur daneben geschossen. Oh, ja. Ist nur du für einer. Haupt da. Ah, ist scharf. Ah, bin tot. Aber scharf ist sie trotzdem. Oh, wieder entschärft. Wieder entschärft. Das mal B nehmen, das ist ein bisschen schwieriger. Okay. Hinten rum. Ah, warte, ich spum bei dir, ich spum bei dir. Kill den, der Typ. Ja. Die hast du? Haha, gut. Wir kümmern mich um die Jungs hier oben. Ach, Bischof. Oh, da kommt einer. Rutspunkt, ich sehe einen Rutspunkt durch den Rauch. Uah. Ich bin da hinter B und bleib da liegen. Oh, verflucht. Da kommt noch, da, einer, einer kommt noch auf sich zu. Das ist aber ein Medic, der wird noch... So, ich schmeiß mir eine Granate. Vielleicht ein paar wieder bei denen. Oh, ich geh weiter bei B. 4, 3, 2, 1, Geht hoch. Jawohl, ist weg. Oh, ein Winter. Okay, schön. Oh, 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 oh. Ich geh wieder nach Deckung, so alles kannst du abfahren. Vielleicht hoffe ich halt. Gibt's nicht. Nee, ich komm hier nicht mehr weg. Nicht mehr im Ruten. Oh, B ist auch weg. Cool. Selber freischieben. Munition hat keiner irgendwo herumliegen, gell? Max, du bist Hilfversorger. Ja, ich hab bei mir. Oh, da hab ich schon was. Gibt's bei dem was? Der schaut noch blöd. Nein, gibt's nix. Der hat nix mehr mit heute. So, Rauch geht einmal rüber da, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Ja, ich fahr auch da mal alles. Geht's vielleicht ein bisschen leichter mit dem Snapper. So. Oh, nein. Geht hoch, nicht leichter. Verdammt. Spawn, ich bellt hier. Ja. Victor. Oben sind mindestens zwei Gegner, drei Gegner, wenn nicht sogar. Granate nach oben geschliffen. Geht hinter uns, Victor. Bitte. Wo, wo, wo? Der läuft gerade mal an uns vorbei. Verrückt. Hier sind wir uns beiden vorbeigelaufen, einfach nur. Glaubst du, da geht's an? Ich hab ihn dir geklaut, tut mir leid. Schärfer, B. Kommt einer, kommt einer, kommt einer, ich treffe nicht, ich treffe nicht, ich treffe nicht, ich treffe nicht. Wo ist er denn? Das gibt's ja nicht. Ah, haut mich doch gern. Wird wahr sein. Ah, leck mich doch. Das ist ja unglaublich. Könnt ihr bei irgendwen spawnen? Ja, ja. Bei mir. Ah, nee, hier, doch, klasse. Christian? Ich bin nur da. Ja, ich bin noch da. Ja, ja. Du hast, verzweifelt sie gerade ein bisschen, oder? Ja, ich bin jetzt aber nicht vor, ich bin jetzt tot. So, von wo wird er geschossen? Äh, diese, da ist so ein Eckeingang, Victor. Da hinten, da unten. Moment. Oh, von hinten, von hinten, von hinten. Oh, shit. Ah, und von oben. Ach. Ich glaube, dich. Oh, verflucht, M417, keine Ahnung, der sitzt da irgendwo in der Ecke, ich weiß es nicht. Ah, zu spät. Ah, kein Problem. Wir wollen wieder bei dir. Ah. Oh, 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 durch der Seiteneingang, Victor. Ja, ich habe genau in die selbstfalsche Richtung geschaut gerade. Wie immer halt. Wo ist der? Oh, verflucht. So viel Rauch drin, ne? Siehst du, gar nichts. Bitte? Aber den Feind kannst du nicht unterscheiden. Oh, was, mir ist keiner schießt, ey. Ja. Ah, ich... Ach. Kannst du irgendwo spawnen, Victor? Äh, ich bin tot. Hat, ja. Und ich werde jetzt schon den Rauch, wenn wir jetzt den Noob-Tuber mitnehmen. Moment, da ist uns nichts ein bisschen ausmisten da drinnen. Hüpf rauf da, fette Marine. Schön zu sein. Achtung, Noob-Tube geht da erst rein. Oh, verdammt, Mann. Ah, einen habe ich gezogen, da. So, dann könntest du mal davor, glaube ich. Aber wenn ich nicht down wäre, würde ich gerade vorlaufen. Aber warte mal. Wir bleiben jetzt hin. Wir fahren wieder bei dir, Victor. 2, 1, skip. Sperrfeuer mit dem Noob-Tube. Monikation hast du. Von hinten. Von hinten. Tot. Hab schon, hab schon, hab schon. Ich bin ein wenig, ich bin hier. Na, ganz verflucht. Man kann ja unten durch. Da liegt aber einer drinnen. So, geht schon, geht schon, geht schon. Es ist jetzt, ha? Irgendeiner muss reingewischen. So, 5. Hier und geben Sperrfeuer, aber keiner geht hin. Das geht nicht. Warum hat denn keiner Granaten-Kriter noch mal gebraucht? Damit wir welche da runterschmeißen, den Gang. Wir werden mal ganz sinnvoll. Alles klar, ich bin dabei. Von hinten. Halb, drei Viertel. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Scharf, scharf. Hab's verflucht. Scharf ist. Von hinten kommt einer. Aber wird schon gezogen, wird schon gezogen. Das bauen wir in Christian. Ich hoffe, es ist eine gute Idee, ich bin mir nicht sicher. Wo bin ich denn da? Mittendrin. Da, da, da. Nicht vor mir rein. Jawohl. Schieß mich mit M320 ab da hinten. Wie, 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 wie. Welch gefecht. Na bitte, so schaut das schon besser aus. Und schon wieder eine Metal. S-Quad. 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 Was sind vier, Victor? Was hast du für eine KD? Äh... Eik, komm mal noch was. Ja, Noob tubing. Mhm. Denk ich mir auch. Hm.